Hi, in diesem Video zeige ich dir 5 beliebte Songs, die für die Konzertgitarre, für die klassische Gitarre von den großen Meistern geschrieben worden sind. Am Ende des Videos gibt es noch einen kleinen Bonus, also bleibt dran, es zahlt sich aus. Viel Spaß! Wir starten mit einem Rockstar seiner Zeit, der klassische Gitarrist Mauro Giuliani. Er schiedelte 1806 nach Wien, wo er auch Beethoven und Rossini getroffen hat. Sie waren angeblich befreundet, musste dann aber die Stadt verlassen, da ihm das Geld ausging. Ein Rockstar seiner Zeit und ein virtuoser Giuliani. Franzisko Tariga hat wirklich viele berühmte und Bekannte. Werke geschrieben, unter ihnen Lagrimar. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Es gibt ein Lehrvideo von Lagrimar auf meinem YouTube-Kanal. Ich packe dir das Video unten in der Beschreibung. Lagrimar kennt nicht jeder. Den Nokia Klingelton kennt aber wirklich jeder. Hallo Mama, ja, ich mache gerade ein Video. Okay, ich rufe dich später zurück, ja. Pussi! Jetzt wieder zu Franzisko Tariga. Der Nokia Klingelton stammt von ihm, eine der bekanntesten Melodien der Welt. Nun aber Lagrimar. Viel Spaß! Das war's. Musik Das nächste Stück Andantino von Johann Casper Merz. Er ist ein romantischer Komponist, um 1800 geboren. Das 19. Jahrhundert nennt man ja die Epoche der Romantik in der Musik. Das Stück ist relativ einfach zu spielen, hat aber große Wirkung und immer sehr beliebt bei meinen Schülern. Viel Spaß! Musik 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 Matteo Carcassi ist ein italienischer Pianist, Komponist und Gitarrist. Seine Lehrwerke sind bis heute bekannt und beliebt bei jedem Gitarristen. Es ist ein einfaches Stück mit einem Sternschwierigkeitsgrad. Andantino Musik 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 Und ein weiteres Stück von Mauro Giuliani Die Le Papillon Opus 50, ein erheiterndes Stück, ein wirklich schönes Stück für den ambitionierten Anfänger mit zweieinhalb Sternen. Am Anfang des Stücks stehen zweistimmige Doppelgriffe, dann wird es auch dreistimmig und man sieht, es ist wirklich für Gitarre komponiert und liegt wirklich schön in der Hand und in den Fingern. Viel Spaß! Musik 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 Weiter geht es mit dem nächsten Stück, die Etüde in E-Moll von Francisco Targa. Drei Sterne im Schwierigkeitsgrad. Viel Spaß! Musik 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 Musik